Hallo meine Lieben, ich begrüße euch beim Seelencoaching und zu einer neuen Woche vor allen Dingen auch und zu eurem Tagesimpuls für heute, für Montag, den 11.5.2020. Ja, drei Karten für heute, entscheide aus dem Bauch heraus für die erste, zweite oder dritte Karte und ich lege direkt los. Wenn ihr alle drei euch anschauen wollt, dann natürlich sind auch alle drei für euch bestimmt oder auch vielleicht nur zwei. So, welches Krafttier begleitet dich heute zum Wochenstart? Es ist der Frosch. Ach, wie schön. Der Frosch, die Reinigung. Ja, das heißt, heute ist es ganz wichtig, mal hinzuhören. Also mal heute, jetzt geht es darum, dass du heute einen Großreinigungstag machen sollst, kannst. Ist aber vielleicht auch möglich. Vielleicht machst du heute einen Frühjahrsputz mit dir selbst oder an dir selbst oder vielleicht auch in deinem Haushalt. Kann natürlich auch sein. Aber ansonsten, Reinigung ist auch ganz wichtig. Löse dich von Fremdenergien, die dir nicht gut tun. Das ist heute ganz, ganz wichtig. Wenn dir heute irgendwas nicht gut tut, dann lass es nicht zu nah an dir ran, sondern da lass es einfach gehen und sozusagen reinigst du dich damit auch, weil es geht nicht in dir sozusagen durch. Es nimmt keinen großen Teil von dir ein, also von deinen Gedanken, von deinen Schmerzen etc. Das ist ganz wichtig. Also heute da wirklich schauen, dass du so kleine Hülle um dich herum, ja Schutzbauer will ich dazu jetzt nicht sagen, aber etwas, wo du wirklich ein bisschen eine Hülle um dich herum auch nicht baust, aber machst, so, dass du da eine kleine Sicherheit hast, dass du wirklich sagen kannst, hier halt Stopp ist da. Ich lasse nicht mehr zu, da ich heute mich da auch geschützt fühle und ich möchte heute auch wirklich da ja nichts Böses in mir reinlassen, weil ich möchte mich halt in dem Sinne auch reinigen. Das ist auch ganz wichtig. Vielleicht gibt es auch heute irgendetwas, was zu einer Reinigung führt. Vielleicht möchtest du auch etwas loslassen, vielleicht möchtest du etwas abgeben, nach oben hin oder wohin auch immer und sozusagen dann sagen kannst, das ist ein Teil, der gehen darf und da habe ich sozusagen mich erlöst von und auch gereinigt. Also hier können viele Möglichkeiten zur Reinigung kommen. Du wirst dann wissen, was es dann wirklich ist. Okay und das zweite Krafttier, da haben wir den Flamingo. Oh, wie schön. Die Verwurzelung. Okay. Ja, heute ist ein Tag auf jeden Fall, wo du mit lieben Menschen, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht zu Hause mit den Lieben, mit denen du zusammenwohnst oder vielleicht mit einer Person, mit der du rausgehen darfst, dich ganz verbunden fühlst. Du wirst heute auf jeden Fall so eine Vereinigung spüren, eine Verwurzelung, ein Zugehörigkeitsgefühl, was sehr, sehr schön ist natürlich. Du wirst merken, du bist nicht allein. Da ist jemand oder viele oder auch Familie, auch wenn man jetzt jemanden oder die Familie gerade nicht so sehen kann, du wirst es spüren. Du wirst dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wirst du auf jeden Fall heute ganz stark spüren. So, und das dritte Krafttier, oh, da haben wir die Eule gezogen. Auch ein ganz weißes Tier, die Eule. Einweihung. Okay. So, das heißt heute, es ist keine Einweihungsparty, weil Partys dürfen wir jetzt nicht machen, weil es auch vollkommen richtig ist in dieser herausfordernden Zeit. Aber heute wird etwas, ja, irgendwas wird mit dir geschehen. Vielleicht total unbewusst, vielleicht auch bewusst, vielleicht wird etwas kommen, vielleicht werden Signale, andere Impulse oder Gefühle. Irgendwas wird auf jeden Fall kommen, wo du spüren wirst, dass du einen Schritt weiter bist. Vielleicht auch weiter als irgendjemand anders oder auch weiter in der Arbeitstätigkeit. Also, es wird auf jeden Fall heute etwas, also ich würde sagen, das wird eher so wirklich auf der unbewussten Ebene passieren, dass du etwas, ja, spüren wirst. Vielleicht kommt das auch erst ein paar Tage oder ein paar Wochen später dann zum Vorschein. Aber auf jeden Fall wirst du in etwas ganz Großen, sozusagen in Anführungsstrichen, eingeweiht, was dir auf jeden Fall total weiterhelfen wird für dich selbst als Person, was ganz, ganz wichtig ist. Du wirst irgendetwas spüren, machen, tun, was dich vielleicht auch befreit, was dir neue Wege darstellt oder offenlegt. Es wird auf jeden Fall etwas kommen im Unterbewussten, was dich führen und lenken wird. Aber zum sehr Positiven auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, heute Wochenstart. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Montag. Montag, ne, fangt ihr nicht zu stressig an und habt nachher einen schönen Tag, beziehungsweise dann später einen schönen Abend und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis dann. Tschüss.